Kroll hat den Bau abgeschlossen. Schön, das heißt, wir können mehr Vögel jetzt haben. Oh, Oh, Honigproduktion geht jetzt an Milch voran hier. Oh, ich kann nicht erkennen. Ah, guck mal. Äh, da ist doch was reif geworden. Ah, mein Inventar ist voll. Na toll. Na komm, dann kümmern wir uns jetzt erstmal darum, dass wir hier alles gießen. Was wir gießen müssen. Oh, was wir gießen? So, aber wir müssen Fische braten. Ich weiß ja nicht mehr, welcher Fisch war denn jetzt so viel der war das. Dann werden wir den erstmal braten. So, und jetzt? Achso. Ich kann das bestimmt nicht ernten, weil es richtige Weizen jetzt ist. Jo, Tatsache. Tatsache, kein Villa-Weizen mehr. Nice. Ach. So, jetzt die Frage. Da. Ein Wein aus Wildkaktusfeigen. Achso. Oh, 45. Oh, ist okay. Das ist nicht weltbewiegend, aber ist okay. So, die brauchen wir jetzt wieder. Ah, ja doch. Und das brauchen wir auch jetzt wieder. Denn da müssen wir auch wieder was reinwerfen. Na, guck mal einen an. Da haben wir den Honig. Können wir auch bearbeiten. So. Und das können wir eigentlich auch machen. Schon mal. Hä, wo ist denn? Das habe ich. Das habe ich. Und vielleicht den Wein. Aber wo ist jetzt das Bier hin? Ach, das habe ich noch gar nicht mitgenommen. Dann kann ich auch lange gucken, wo das Bier ist. Oh, wo ist denn? Ach, die ist schon draußen. Die ist ja schon draußen. Ich hoffe, die nützt jetzt auch Wein an. Oder den Kaktusfeigen Wein. Wäre natürlich schön, wenn das klappen würde. Ach so, liebiger Alkohol. Okay. Die sind perfekt. Ich werde mit Ron und Nob sprechen. Dann können wir nicht nur Ideen, sondern auch Geschmacksrichtung kombinieren. Einlegen in Essig. Ere hat bekommen. Okay. Ah, jetzt habe ich gar nicht gelesen. Egal. Äh, Moment. So, ich habe schon eh zu viel geschenkt. War gut. Okay. Wie geht es mal in Tieren? Okay. Ein... Na, jetzt müssen noch Tiere... Oha. Was? 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 Moment. Was war das? Oh. Und du musst geschoren werden. Das sehe ich gerade. Dann machen wir das doch mal. Wie schön Bison gar. Ja. Alles klar bei dir? Wie geht es dir denn heute Abend? Wir haben Platz in voller Hütte. Ah, guck mal. Hier sind wieder zwei. Die nehmen wir nochmal mit. Ich habe ein bisschen sortiert. Hier ist das Straußennest jetzt. Hier kommen jetzt die ganzen Wildschweine hin. Vielleicht sind sie es sogar schon. Ich weiß es nicht. Ich filme es gerade mit Ferkel. Ach, guck mal. Ich muss es mal wegfegen. So. Ja, wir sind hier dabei. Es wird aufzubauen, ne? Besser nicht. Bison. Ah, nicht genug befreundet. Okay. Das geht nicht. Wildschwein. Ach, das geht nicht, weil es mal reit hier ist. Okay. Moment. Das muss weg. Was kriegt er jetzt? Ne, das habe ich wegen halt, äh, Vorbesch... Also, mit Finanzierbonus. Das ist... Deswegen habe ich das. Guck mal, da können wir doch... Ah, guck mal. Das machen wir doch. Mann, wir kriegen ein gesundes Ferkel mit drei Tempo raus. Wenn man das so sagt, wird sich das ein bisschen komisch haben. Aber egal. Da müssen wir auch mal irgendwann die... Uns mal von der alten Generation mal verabschieden. Aber hier habe ich wirklich alles geerntet jetzt, ne? So, wir brauchen mehr Kaktusfeigen. Was ist das denn? Ich sehe ihn nicht. Ja, wo ist er denn? Ich will doch... Ach, das Wildschwein ist sogar extra nochmal, okay. Äh, aber ich suche gerade eigentlich... Wo haben wir ihn denn da? Ach, der ist da unten. Ach, komm mal her, Opa. Du kriegst jetzt erstmal einen schönen Salat. Ähm... Fest ist in eine gute Gelegenheit, wieder mal mit allen zu plaudern. Da sagst du was. Da sagst du was. Kaktusfeigen. Kau... 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 So. Ich denke immer, der Blonde mit der Bart wäre eine Frau. Der Blonde mit der Bart... Mit dem Bart... Moment. Meinst du... Ach, hier, ey, der Groll. Aber Groll mag Bier auf jeden Fall. Das war's doch schon. Äh... E... Da. Salat sieht aus, als wenn da reif wäre. Aber das ist ja noch nicht. Ach, ich guck mal. Hab ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Strumpel und das Haar und strahlblaue Kulaugen. Stimmt, das hat er wirklich, ne? Ach, guck mal. Ich hab mich einen vergessen. Ja. Ach, guck mal. Der Fisch ist fertig. Der kann rauf. Und die können rauf. Heute wird ganz viel Fisch gesponsert. Oh, 484. Krass. Das ist ne Menge. Wo ist denn jetzt... Ach, der ist gar nicht da. Okay. 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 Ich muss kurz mal überlegen. Und was ich jetzt genau machen möchte. Das kann weg. Die Seetan kann eigentlich rein. Ach, guck mal. Wir haben jetzt hier einen Ofen. Das heißt... Oha. Pilz und Mehl. Wir können... Ach so. Wir können jetzt die... Wir können jetzt Mehl verarbeiten. Oh, was? So viele Geschmäcker. Getreide, Fett, getrocknete Frucht. Reiskühlein. Ach, guck mal. Die hat sich sowas schon mal gemacht. Wo hab ich die bekommen? Ach, ich glaub, ich hab die mal gewonnen. In ein Rennen. Ich glaub, so war das. Ich erinnere mich grob. Das wird gemacht. Das wird gemacht. Alles wird gemacht. Ach, weißt du was? Ich hab keinen Bock, irgendwo mal heute hinzugehen. Wir machen jetzt dann... Wir machen Saft. Einfach stinkpupsig normalen Saft. Ein bisschen weiße Schokolade nuschen. Ich liebe weiße Schokolade. Mein Reihenfolge ist so. Marzipan. Weiße Schokolade. Dunkel Schokolade. Was denkst du dazu, Samy? Samy liegt hier gerade ein bisschen auf dem Tisch. Ich hab schon überlegt, wenn ich mal eine Cam kaufen sollte, extra für die Katzen, wo ich die positioniere. Aber ich hab schon so eine grobe Idee. Ich hab nämlich ein schönes Kickstarter-Projekt gesehen. Was vielleicht für mich gar nicht mal so schlecht sein könnte mit Teil-Stream. Die Idee fand ich auch nicht schlecht. Kommt da an, probieren wir das nämlich dann noch aufs Haus. Ob das was wäre. Bin mal nur gespannt, wann das halt online geht. Einfach schön Saft machen, Leute. Ach, guck mal. Die Fermentierung ist auch ein wenig soweit. Komm, dann machen wir das erst mal als erstes. Hatte ich nicht noch was gehabt? Oder hab ich das jetzt in die Kiste gepackt? Kann auch gut möglich sein. Okay, der kann weg. Oh, jetzt hab ich da Honig drin. Hä, wo? Ich hatte doch noch welche gehabt. Der Saft möge mit dir sein. Die Macht. Nein, der Saft. Ach, ich liebe Spaceballs. Da machen wir Meat. Da machen wir noch mehr Bier. Was ist das jetzt? Kaktusfeigen. Okay. Da machen wir dann Kaktusfeigen raus. Produktion ist am Laufen. So. Geräuchert, geräuchert. Alles geräuchert. Alles geräuchert. Achso, Garn können wir noch machen. Ja, mittlerweile können wir halt Garn machen. Garn aus Bisonfell. Wird auch direkt gesponsert. Weiß nämlich nicht, was ich damit machen kann. Hat das Leute mit dem Laub spielen. Der Kleine arbeitet zu viel. So. Es ist wohl ein wenig kühl geworden. Ich denke nicht viel drüber nach. Aber sollte ich das vielleicht? Ach ja, der ist ja ein Erfinder. Oder denkt zumindest sehr viel nach. Meine Mutter liebt es, meinen Vater zu erröten zu bringen. Wenn sie darüber spricht, wie gut ihr Werkzeugbereich gebaut ist. Es war romantisch, wenn es nicht so typisch für sie wäre. Ich habe gehört, dass Menschen, die im Frühling geboren wären, besonders schön sind. Das leuchtet mir ein. So, jetzt geht es erst richtig los. So. Hier können wir auch noch mal reden. Es gibt viele verschiedene Arten von Steinen. Vielleicht dauert es lang, aber ich will sie alle finden. Gotta catch them all. Zeige ich nur. Gotta catch them all. Yang war die meine Spezialität. Spezialität. Ja. Ist okay. Muss es ja auch nicht. So fahren muss ja auch nicht seine Spezialität sein. So, das Ei kann hier rein. Röst nicht. Wir können einmal noch was auspuppen. Ah ne, können wir nicht. Das ist schon fermentiert. Der Fisch ist fertig. Ich weiß nicht ganz, magst du Fisch vielleicht? Möchtest du dabei sind. Ich glaube, diesmal gibt es den Vorrats. In der Vorratsgäste immer einfach mal ein Fischpaket. Müssen wir noch Saft machen. Müssen wir einfach noch mal ein bisschen Saft machen. Das ist halt ein bisschen das Schöne. Wenn man einfach ein bisschen Saft macht, kann man nebenbei was anderes machen. Und wenn es einfach nur so ist, dass man kurz auf ein Handy schaut. Achso, das wollte ich mal gucken. Wo sind die denn gerade? Wo ist er denn? Ich suche jetzt den... Unser quasi Schamane. Da. Wo bist du? Oh. Warte, bist du in der Hütte? Oh, du liebst Saft. Was sagst du dann zum Wildbärensaft? Es kann schwer sein, andere vor sich selbst zu stellen. Aber es ist das Richtige, dass es zu tun. So, wir handeln mal. Äh, Fackelradius. Ne, das ist mir nicht so wichtig. Laufgeschwindigkeit. Fischfang. Fischvorkommen. Okay, den können wir noch nicht herstellen. Aber Laufgeschwindigkeit plus 5. Da brauchen wir Knochen und Saphire. Haben wir Knochen und Saphire? Ah. Falschen Saft beschenkt. Was sollte er sie doch gar nicht haben? Äh. Ich glaube, wir haben das jetzt gar nicht. Hm. Saphire, 5 Stück. Ich will nämlich gucken, dass ich mal die Laufgeschwindigkeit erhöht bekomme. Ah, es wird genau einer. Das ist ja gemein. Ja gut, dann ist es halt so. Aber mit Tis haben sie ganz viele jetzt. Ich glaube, den lagere ich jetzt mal oben in die Kiste rein. Ach, oben in die Kiste sag ich schon. Hier einfach. Hier rein. Aber die sind schon gut dabei, alles abzugrasen, muss ich sagen. Ah, ich muss die Pflanze erst entfernen. Deswegen geht das nicht. So. Ich wundere mich schon, warum der Fleck da nicht weg geht. Dann ist das hier wahrscheinlich genauso. Dann muss ich hier auch erst mal die Pflanze entfernen. So. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, im Winter könnte vielleicht doch zu wenig sein. Wir können uns unten mal ein bisschen kümmern. Unten ist ja auch noch so viel. Ach, guck mal, das ist was fertig. Bier ist fertig. Ob wir für Bier da direkt neu sind. Ach. So. Oh, und da kann direkt über Nacht weiteres gemacht werden. Oh, das bringt 200. Krass. 144. Das Normale bringt ja richtig viel mehr. Okay. Was sieht es denn aus mit dem Dünger? Ah, der wird noch gemacht. Oh, das wird so mühselig, hier alles wegzumachen noch. Na. Z. Da. Da. Ja, wegen der Ausdauer jetzt noch zu hohen lohnt sich das eigentlich gar nicht. Jetzt haben wir dafür auch keine Ausdauer mehr. Dann ist egal. Dann ist das nicht so wichtig. Was haben wir denn hier nochmal? Fenchel. Egal, machen wir da was anderes hin. Ah, guck mal, der Fisch ist auch noch fertig. Dann... Ah, guck mal, zwei haben wir noch. Schnell mal da reintun, die können dann über Nacht gebraten werden. Höp, höp. Das heißt, drei lege ich da rein. Die anderen beiden sind dann für unsere Haustiere. Na, guck mal. So, dann werden wir da erstmal kein Knochen mehr reintun, damit wir die Sachen da herstellen können, die wir ganz gerne hätten. Ach. Und so. Höp, höp. 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 So. Dann hoffen wir mal einfach, dass ich mal weniger gießen muss. Ne, das wird heute nicht mehr reif. Dann gehen wir jetzt schlafen. Höp. 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 Höp.